Was ist die Naturkundehaus des Lippischen Landesmuseums? Hier im Naturkundehaus des Lippischen Landesmuseums haben wir zahlreiche heimische Tiere, aber auch Tiere, die hier in Europa nicht vorkommen. Viele dieser Tiere sind inzwischen bedroht oder sogar schon ausgestorben. Dabei gibt es viele verschiedene Gründe, warum Tierarten bedroht sind. Ein Grund dafür ist, dass der Mensch teilweise massiv in die Natur eingreift. Zum Beispiel, indem er Wälder auf der ganzen Welt rodet, um dann auf den freigewordenen Flächen zum Beispiel Landwirtschaft zu betreiben. Ein weiterer Grund für die Bedrohung von vielen Tierarten ist der Klimawandel. Auch hier trägt der Mensch maßgeblich dazu bei, dass sich die Erde weiter erhitzt. Und durch die Erderwärmung verändert sich der Lebensraum von vielen Tieren oder er verschwindet sogar gänzlich. Ein weiterer Grund für die Bedrohung von Tieren liegt in der massiven Jagd durch den Menschen. So wurde der Braunbär über Jahrhunderte so stark gejagt, dass er heute in Europa bedroht ist und in Deutschland sogar ausgestorben. Weitere Gründe für die Bedrohung von Tierarten sind in der Verschmutzung der Umwelt zu finden. Allerdings ist damit nicht nur die Entsorgung von Müll in der Natur gemeint, sondern auch eine Umweltverschmutzung durch Lärm, zum Beispiel durch Autos oder auch durch Propeller von Booten unter Wasser. Aber es gibt auch eine Lichtverschmutzung, die zum Beispiel Fledermäuse und Insekten irritieren kann. Und einige der bedrohten Tiere stellen wir euch in kurzen Videos hier in der Ausstellung im Naturkundehaus vor. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.